Guten Morgen aus Dinkelzbühl. Hallo liebe Camperinnen und Camper. Auch wir möchten uns aus gegebenen Anlass kurz bei euch zurückmelden und melden und euch kurze Info geben, wie es bei uns hier weitergeht. Der Shop ist natürlich geschlossen aus gegebenen Anlass, ganz klar. Aber in unserer Werkstatt darf weiterhin gewugelt, geschraubt und gehämmert werden. Herr Mika, jetzt haben Sie das Wort? Du hast ja schon alles im Groben mitgeteilt. Das einzige, was nur zu erwähnen wäre, dass auch unser Online-Shop natürlich weiterhin geöffnet ist. Das heißt, über Online kann man alles Mögliche bei uns bestellen, was auch nach wie vor verschickt wird. Auch über die Feier werden die Feiertage ganz egal. Wir sind eh jeden Tag da, weil die Werkstatt offen ist, weil wir Inventur machen müssen und so weiter. Also wir können E-Mails abrufen und gern Online-Bestellungen über einen Online-Shop dementsprechend bearbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Genau. Und auch telefonisch, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Dingen, sind wir für euch jederzeit erreichbar. Und über jede Bestellung auch im Online-Shop freuen wir uns natürlich unwahrscheinlich auch eventuell noch ein kleines Weihnachtsgeschenk, wo ihr noch sucht, weil auch wir sind natürlich gerade in diesen Zeiten und jede Unterstützung auch sehr dankbar. Genau. In dem Sinne wünschen wir euch heute von hier aus erstmal einen schönen vierten Advent. Und dann können wir nur noch sagen, hoffentlich bis bald. Genau. Bis bald. Macht's gut. Tschau, tschüss. Bleibt's gesund.